Ahoi Pyrus! Willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute mit einem ultra tollen Artikel für die Uraltserie und zwar XXL Raketenbasis. Ihr seht es schon, alleine diese Effektbilder hier, die sind schon mal eine Auszeichnung wert. Wir haben hier 7 Jumbo-Raketen, schön mit roter Kappe. Sieht echt wundervoll aus das Ganze. Alleine vom Design her ist das eine 1 plus mit Sternchen. So soll das ganze Teil aussehen. Das ist ein Pappständer im Grunde genommen. Da sind die Raketen aufgebaut und man kann die dann einzeln zünden. Oder vielleicht ist das sogar verleitet. Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich glaube verleitet ist das Ganze nicht. Wir werden das auf jeden Fall dann nochmal uns genauer anschauen und den Artikel da mal aufmachen. So sieht das Ganze drin, der Aufbau. Das werde ich dann nochmal zeigen. Genau. Die schönen 1, 2, 3, 4, 8 Raketen. Einfach nur wunderbar. Toller Artikel. Und mit diesem Video hier ist das Ganze dann natürlich auch verewigt. Finde ich besser, als wenn die Sachen einfach nur rumstehen. Davon habt ihr alle dann was. Also Freunde, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem XXL Raketenbasis Raketenverbund. So Freunde, Jumbo-Raketen. Let's go. Boah, wie lange die stehen. Herrlich. Das sind die Jumbo-Raketen. Ein ganz altes Raketensortiment. Die nächste. Ja, unfassbar schön. Wow. Da kommt die Jumbo in grün. Unglaublich, die Standzeit. Jumbo in rot. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Das sind die, äh, frei bocken wohl, Leute. Mega fett. Und jetzt probiere ich einmal. Alle aufmachen. Sehr schön. Danke.